Herzlich willkommen bei MacLife, ich bin Sophie. In diesem Video beleuchten wir WatchOS 10, das Apple auf der diesjährigen WWDC vorgestellt hat. Dieses Update holt noch mehr Leistung aus deiner Apple Watch. Außerdem erwarten dich neue Gesundheitsfunktionen und ein vollkommen überarbeitetes Bedienkonzept. Starten wir mit dem neuen Interface. Dieses besteht aus Widgets und Widget-Stapeln, die du durch einfaches Hochscrollen der Digital Crown der Apple Watch aufrufen kannst. So hast du die für dich wichtigen Informationen schnell zur Hand und kommst einfacher zu den Apps, die gerade wichtig für dich sind. Dazu gehören in etwa auch laufende Timer, eine Neuerung, die wir besonders praktisch und nötig finden. Diese musst du jetzt nicht mehr über die App aufrufen oder per Siri abfragen, sondern du kannst sie einfach in einem smarten Widget-Stapel abrufen. Andere Apps der Apple Watch erhalten außerdem eine visuelle Überarbeitung, damit sie mehr der für dich wichtigen Informationen abbilden können. Durch die Trainings-App kannst du nun etwa mit der Digital Crown scrollen und wichtige Daten zum Bewegungs- und Trainingsring schneller erfassen. Auch die Wetter-App, die Weltuhr sowie Nachrichten sind nun aufgeräumter gestaltet. Auch neue Watchfaces bringt WatchOS 10 auf deine Apple Watch. Dazu gehört eines, das verschiedene Farbübergänge abbildet, die durch die Zeiger des Ziffernblattes voneinander getrennt werden. Animierte Watchfaces zu beliebten Figuren aus dem Comic Peanuts, Snoopy und Woodstock gibt es ebenfalls. Die Trainings Fahrradfahren und Wandern erhalten neue Funktionen. Startest du ein Fahrradtraining auf deiner Apple Watch, erscheint das Training als Live-Aktivität auch auf deinem iPhone und zeigt beim Antippen eine vollständige Ansicht deiner Trainingsdaten. Dazu gehören etwa Herzratenzonen, die Fahrstrecke oder auch deine Geschwindigkeit. Zudem kannst du die Apple Watch jetzt auch mit Bluetooth-Geräten fürs Fahrradfahren verbinden, etwa Geschwindigkeits- oder Kadenzsensoren und so noch mehr Messwerte auf deiner Apple Watch freischalten, die fürs Fahrradtraining wichtig sind. Startest du ein Wandertraining, werden unter WatchOS 10 in der Compass-App automatisch zwei neue Wegpunkte generiert. Der eine markiert die Stelle, an der du das letzte Mal Verbindung zum Mobilfunknetz hattest. Der andere markiert den letzten Punkt, an dem du auf deiner Route das letzte Mal ein Notfallsignal abschicken konntest. Zudem kannst du dir anhand von Höhenmessdaten eine dreidimensionale Ansicht deiner letzten gespeicherten Wegpunkte anzeigen lassen, um dich besser orientieren zu können. Dies sollte vor allem für weniger erschlossene Wandergebiete hilfreich sein. Es kommen weitere Funktionen für deine psychische Gesundheit auf die Apple Watch. Mit dem Emotions-Tracker kannst du über die Achtsamkeits-App jederzeit deine Gefühle erfassen. Diese Daten werden in der Gesundheits-App mit weiteren Daten wie etwa Schlaf- oder absolvierten Trainings verknüpft, damit du einen besseren Überblick erhalten kannst. Zudem kannst du Fragenkataloge ausfüllen, die in medizinischen Kontexten eingesetzt werden, um Depressionen oder Anxiety besser feststellen zu können. Für Kinder kommen für WatchOS 10 Funktionen hinzu, die die Sehkraft nachhaltig schützen sollen, um so Kurzsichtigkeit vorzubeugen. Zum einen kann die Apple Watch deines Kindes über den Umgebungslichtsensor für dich tracken, wie viel Zeit dein Kind am Tag draußen verbracht hat. Empfohlen werden hier 80 bis 120 Minuten am Tag. Die andere Hilfestellung der Apple Watch ist View Distance, um zu garantieren, dass dein Kind ausreichend visuellen Abstand zu Displays einhält. Dir hat dieses Video gefallen? Du kennst das Spiel. Abonniere gerne diesen Kanal und da wir ja gar nicht so häufig Videos veröffentlichen, kann es sich auch wirklich lohnen, noch die Glocke zu aktivieren, damit du keins unserer Videos verpasst. Wenn du uns nicht nur sehen, sondern auch noch lesen möchtest, empfehle ich dir ein Abo von MacLife Plus. Alle Informationen dazu findest du unter maclife.de slash plus. Falls du keine Lust auf Lesen hast, du aber auch nicht immer bis zu unserem nächsten Video warten möchtest, um News aus der Apple-Welt zu erfahren, ist vielleicht unser Podcast etwas für dich. Schleifen Quadrat findest du überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Die Google-Plus-Serge Sie? 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 Sie?